Damit herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein, den Oldplatz. Ja, ich musste gerade hier mal die Ohren machen. Und wir haben das Ziel, Agent 2 Platz zu finden, sozusagen. Das Haus von Agent 2 liegt hinter dem Marktplatz, nordwestlich hinter dem Gasthaus. Neben Schmidts alter Bäckerei. Benutzen Sie dasselbe Passwort wie zuvor. Ja, hier haben wir noch ein bisschen... So, ähm... Nehmen wir alles mit. Das kann man mal gucken. Ah, okay. Okay. Ha! Oh, ja. Und schon werde ich hineingeworfen in... In die... Cru... Cru... Cru...le Welt. So. Perfekt. Hört man nicht, ne? Okay. Ich muss eigentlich nur darauf achten, da ich hier nicht irgendwo gesehen werde. So. Puh. Da wäre er beinahe knapp geworden. So. So. So, einer ist schon mal... Mal tot. Den habe ich schon mal. Den habe ich schonmal. Okay. Alles nur Schock... Dinger... immer schön vorsichtig sein und nicht irgendwie den leuten hineinlaufen hier schon vorsichtig sollen aber ein bisschen mehr rüstung kann ich nicht kaputt machen gold glanzleistung klar jetzt könnte ich hier die waffen nutzen und alles in der nähe abballern aber bei mir habe ich so das gefühl dass ich hier falsch bin so gehen wir noch mal da hinten in natürlich immer darauf achten dass er mich nicht sieht wenn er mich sehen würde das wäre katastrophal bin ich ganz ehrlich hier ist eine rüstung immer auch mit das kannst du da nicht schön sein wii 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 wenn das in der nähe ist dann heißt das meistens dass auch der general in der nähe ist ha getötet der general ist tot damit habe ich das auch und kann im prinzip extrem carnage anrichten jetzt ja noch so hä patsch zwischen die augen naja so ich hab ja so ein bisschen hier meine äh ich hab ja so ein bisschen gezeigt was wo der hammer hängt und ich glaube ich finde dass er mir sieht ich finde dass er mir sieht ich hoffe es hat weh getan ich hoffe es hat weh getan ich hoffe es hat weh getan dann da hier geht es schon mal nicht rein okay ich dachte man müsste hier rein Das scheint doch nicht. Okay, äh. Ah, okay, ich wollte nämlich gerade schon sagen, wie tue ich nochmal die Karte? Hier rüber. Und dann da, okay. Kapiert. Ah, die Docks. Die haben es doch verbockt. Man, ich hätte reimen. Hat, glaube ich, auch nicht passig gereimt. Ah, was haben wir denn da? Zum Glück haben wir so viel Munition. Ja, dein Typ, dein Kumpel ist schlafen gegangen, genauso wie du. Genauso wie du. Das freut mich, so viel Munition zu finden. Das heißt, nur Gutes für mich. Was haben wir denn hier? Auch nochmal Munition. Ich kann mal an der Nase jucken. So viel Munition heißt meistens sehr gute Nachrichten für mich, ne? Ja, von da komme ich, okay. Und zurück. Er ist offensichtlich, ich muss da lang. Ja. Muss definitiv da lang. Wir sind aber alle schwer müde heute. Das ist fast auch nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie müde die alle auf einmal werden. Weil ich in der Nähe bin. Jetzt habe ich es angeloppt, oder? Okay. Ja. Wo ist er? Böser. Hier wimmelt's von Soldatenregimes. Seien Sie vorsichtig. Töten Sie nur, wenn es nicht anders geht. Wie bitte? Ich soll jeden töten, den ich sehe? Nein, ich sag den... Kann Sie nicht verstehen, Kessler. Zu viel Störgeräusche. Sehr gut. Was haben Sie gesagt? Ich soll jeden töten, der mir in die Quelle kommt? Der Satz ist ja auch im Trailer gemacht worden, reingetan worden. Und ich muss nicht da schon lachen. Weil es einfach nur haben wir das. Ich mein... Das passt. Warum muss das jetzt wieder sein? Warum? Verdammt nochmal, ey. Warum muss das so sein? Ja, dann auch noch die. Das hasse, ey. Kann ich rein, nein. Die werden hier zum Glück nicht animiert, denn so. Ist das da hinten ein schwerer, oder? Habe ich nicht irgendwie ein Scharfschützengewehr? Bomben. So, wie das jetzt scharfschützengewehr? Ja. Die werden auch gar nicht animiert, wenn sie dort die Leute sitzen sehen. Finde ich los an. Ich glaube, das ist ein... Ja, das ist ein schwerer. Oder? Ja. Das ist ein schwerer. Scheiße, das mach ich, ne? Ich muss auf jeden Fall an die Leute vorbei. Und ich hatte mich nicht gewöhnt. Okay. Sobald der das nächste Mal darüber geht, werde ich so ein bisschen, ähm... versuchen, da rüber zu springen. Und ich werde da runter springen. Und dann, soviel ich weiß, hält er ja da beim... beim Container an. Da sieht, würde er mich also nicht sehen. Okay. Dann krieg ich seine DE eben oben in Zorn. Das muss ich halt ein bisschen schnell sein. Wenn er da oben ist. So, jetzt, sobald er hier rüberkommt, springe ich über die Absperrung und springte hier rüber. So. Weil... Hier müsste er mich eigentlich nicht sehen. Oh, Mr. Flash-Typ. Du siehst mich hier nicht. Okay. Okay, solange ich hier stehen will. Ah, da hinten ist einer. Ich hab ihn gerade gesehen. Ich hab ihn gerade gesehen. Dann müssen wir mal wieder ein bisschen kämpfen hier. Ich hab ihn gerade gesehen. Hm. So. Das haben wir auch schon mal. Oh, das gehen soll ich abballern, das finde ich gut. Ah, scheiße.